Hallo zusammen, ich begrüße euch zum nächsten Trailerchen am 22.02.2024, kurz vor Mitternacht, das heißt, das kommt dann erst tatsächlich morgen raus. Macht nichts, ein Thema der WHO-Pandemie-Vertrag. Fragen über Fragen, der letzte macht das Licht aus, beziehungsweise bekommt es ausgeknipst, wie ganz viele von uns. Ja, das ist die Situation, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Gerne wieder bei VK, Bitchute, Odyssey, getrailert bei Rumble und dreimal YouTube und dann vielleicht bis gleich, je nachdem, alles easy peasy.